Wir kennen noch nicht mal seinen Namen. Wie wär's mit... Mieschel? Nein. Warum nicht? Lampo. Lampo! Gut, Freunde. Ah, sieh mal, was für ein süßer Hund. Lampo! Er hat jetzt sogar einen eigenen Hashtag, Eisenbahnerhund. Ich wusste zwar, dass er ein Reisender ist, aber nicht, dass er so berühmt ist. Es muss irgendwo sein. Suchen Sie weiter. Ich hab ein krankes Herz. Willst du denn bald wieder gesund sein? Klickt und spendet. Wir brauchen eine Million Slotty für Sushas Operation, damit sie wieder mit Lampo zusammen sein kann. Los, schlag ein! Ich mach mir große Sorgen um ihn. Ich würde Lampo gerne finden. Für meine Mama. Und auch für meinen Papa. Ich hätte nie gedacht, so viel Liebe empfinden zu können. Ich liebe dich. Und auch mit Lampo. Bis zum nächsten Mal.